Wir haben schon vorher gelernt, wie Kalkstein entsteht und wie genau der Kalksteinzyklus abläuft. Wir werden nun mehr über den Einsatz von Kalkstein und seine vielen praktischen Anwendungen erfahren. Kalkstein ist das Ausgangsmaterial für die Produktion von Brandkalk, das ist Calciumoxid, und gelöschtem Kalk, das ist Calciumhydroxid, wie wir in unseren vorherigen Lektionen gesehen haben. Kalkstein wird nicht nur zur Herstellung von Brandkalk und Löschkalk verwendet. Kalkstein selbst kann auch verwendet werden. Viele Bauteile sind aus Kalkstein geschnitten und viele Gebäude wurden überwiegend aus Kalkstein gebaut. Einige Beispiele sind das Empire State Building in New York in den Vereinigten Staaten von Amerika, die St. Paul's Cathedral und die Houses of Parliament in London, England. Wenn wir weiter in die Vergangenheit zurückgehen, besteht die äußere Struktur der großen Pyramide von Gizeh in Ägypten aus Kalkstein, ebenso wie die Mauern von Machu Picchu in Peru. Dies zeigt, dass die Verwendung von Kalkstein als Baustoff nichts Neues ist. Es gibt jedoch ein relativ neues großes Umweltproblem. Der saure Regen erodiert langsam diese und viele andere Kalkstein-Strukturen. Eine der sauren Komponenten des sauren Regens ist die Kohlensäure. Calciumcarbonat reagiert mit Kohlensäure zu Calciumhydrogencarbonat, das in Wasser löslich ist. Somit erodieren diese Kalkstein-Strukturen. Kalkstein kann zur Herstellung anderer Baustoffe wie Zement, Mörtel und Beton verwendet werden. Wenn Kalkstein zerkleinert und in einem Drehrohrofen mit Ton erhitzt wird, entsteht Zement. Zement kann mit Sand und Wasser zu Mörtel vermischt werden, der zum Kleben von Ziegeln verwendet wird. Zement kann auch mit Sand, Kies und Wasser zu Beton gemischt werden. Beton ist sehr fest, wenn er ausgehärtet ist. Durch das Gießen von Beton auf Stahlkonstruktionen entsteht Stahlbeton, der noch fester ist. Kalkstein kann sogar zerkleinert und als Zuschlagstoff beim Straßenbau verwendet werden. Der Begriff Zuschlagstoff bezieht sich einfach auf zerkleinerte Steine und Mineralien für Bau- und Straßenbauzwecke. Wenn Kalkstein mit Sand und Natriumkarbonat erhitzt wird, können damit bestimmte Glasarten hergestellt werden. Kalkstein kann auch zur Neutralisierung von saurem Wasser im Boden verwendet werden. Dieser Vorgang wird als Kalken bezeichnet. Wir können diesen Kalkprozess im Kleinen durchführen, indem wir einige Eierschalen in eine sehr verdünnte Salzsäurelösung legen. Man kann beobachten, dass sich die Eierschalen in Säure auflösen und ein Gas entsteht. Können Sie die Gleichung für diese Reaktion aufschreiben? Denken Sie daran, dass diese Eierschalen hauptsächlich aus Kalkiumkarbonat bestehen. Hier ist ein Hinweis. Es ist sehr ähnlich zur Reaktion, die auftritt, wenn saurer Regen Kalksteinstrukturen erodiert. Bitte halten Sie an und fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind. Kalziumkarbonat reagiert mit Salzsäure zu Kalziumchlorid, Kohlendioxid und Wasser. Kalziumkarbonat scheint sich aufzulösen, aber Kalziumchlorid hat sich gebildet und ist in Wasser löslich. Beachten Sie, dass in dieser Reaktion und dem Beispiel des sauren Regens in der Einleitung Kalziumkarbonat mit Säure zu Kohlendioxid und Wasser umgesetzt wurde. Werfen Sie einen Blick in Ihren Wasserkocher. Sie können weiße Ablagerungen auf dem Heizelement oder cremefarbene Partikel am Boden sehen. Sie können es vielleicht sogar um Ihre Wasserhähne herum finden. Dabei handelt es sich um Kalkablagerungen, die durch hartes Wasser oder Wasser mit vielen gelösten Kalzium- und Magnesium-Ionen verursacht werden. Kalk ist einfach Kalziumkarbonat, das entsteht, wenn sich diese gelösten Kalzium-Ionen mit Karbonat-Ionen verbinden. Schließlich, da Kalkstein weiß ist, kann er zu einem Pulver zerkleinert und in Farben und Zahnpasta als Farbstoff verwendet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele reale Anwendungen und Verwendungsmöglichkeiten für Kalkstein gibt, einschließlich aber nicht nur Baumaterialien. Kalkstein kann verwendet werden, um Straßen zu pflastern und als Bestandteil bei der Bildung bestimmter Glasarten und sogar zur Neutralisierung von saurem Wasser und Böden. Kalkstein kann verwendet werden. Untertitelung des ZDF, 2020